Musik Jo Leute, was geht ab? Hier ist wieder Zocko Max und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von CatCon. Ja Leute, es ist wieder Sonntag und was heißt das für uns? Was hat sich alles getan auf CatCon und sonstiges? Ja, wie ihr seht, ich hab mal irgendeine random Textur im Paket genommen. Hier dieses Odysseus, irgendwas und ja, ich spiel damit nie. Ich hab das erstmal gerade ausprobiert und wie ihr hört irgendwie, hört sich dann wie Star Wars, keine Ahnung, hat irgendwas davon und ja, voll ist ab. Ich hab bisschen was gemacht. Nicht viel und ja, moin, jetzt regnet es auch noch. Das ist richtig eklig, aber wir gehen einfach mal rein. Das sieht irgendwie witzig aus, diese Blöcke hier. Und Leute, guckt euch das an. Ich glaube, das ist Kartoffeln oder irgendwie. Ja, das sind Kartoffeln. Wie sieht, wie das aussieht, Alter. Ich will mal ganz kurz gucken, Leute. Wie das alles aussieht. Was ist das? Das sind Karotten, ne? Das müssen, ja, das sind die Karotten. Wie sieht denn Weizen aus? Okay, Weizen sieht eigentlich noch ganz normal aus. Wie sieht's aus mit Rote Beete? Okay, Rote Beete ist ganz Standard. Wurde noch nichts geändert. Und Netterwarzen, ach du Scheiße. Sieht ein bisschen komisch aus. So sieht das Ganze im Entterhaus. Keine Ahnung, was hier ist, ey. Alter Schwede. Okay, okay, okay. Sieht schon witzig aus. Oh, das sieht nice aus. Das sieht nice aus mit dem Boden. Was ist das hier nochmal? Bemuster Steinsiegel. Oha, Alter. Okay. Okay, okay. Sehr interessant, finde ich das. Ja, Leute. Was ich gemacht habe, ist, zum einen, ich hab ja gesagt, ich will gerne alles auf Level 500 bringen. Das mit dem Fishing, Mining, Harvester und das mit der Axt halt. Es sieht folgendermaßen aus. Ich hab nicht so viel gemacht hier auf CatCon, aber wenigstens hab ich was noch gemacht. Denn ich bin Power Level 3753 und so sieht das im Moment aus. Ich hab Fishing von 100 auf 200 gebracht. War lange. Ja, das hat wirklich sehr lange gedauert. Und, ähm, mit dem Woodcutter hab ich nix gemacht. Außer hier mit dem, äh, Harvester. Also mit dem Ernten. Da war ich ja, glaube ich, irgendwas mit Anfang 400, Ende 300. Jetzt bin ich 462. Das dauert wirklich extrem lange. Denn so viele Sachen hab ich gar nicht und so viel Zeit auch nicht. Ich hab zuerst vorgehabt, das hier auf 500 zu bringen. Farming Sachen dann wahrscheinlich hier mit dem Holz und dann zum Schluss nach und nach mit dem Fischen. Wollte ich mal ein bisschen anfangen zu machen und, ähm, ja, hier auch dann, wenn ich hier das alles hab, mach ich mal halt mit den Combat Skills, mit der Axt muss ich schlagen. Das Schwert hab ich schon, das ist keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung. Da muss ich nochmal ein bisschen lesen und, ja. So sieht's aus. Hier das mit der Schaufel will ich auch mal irgendwann auf 1000 bringen. Irgendwann will ich wirklich hier das Ganze komplett alles auf 1000 bringen, aber das geht leicht, Leute. Das geht wirklich leicht, auf 1000 zu bringen. Da hat man, also braucht richtig viel Zeit. Was richtig lange dauert, ist das Fischen. Fishing ist, glaube ich, wirklich, das dauert wirklich so lange. Und, äh, weil bis erst mal ein Fisch ankommt, musst du dir entziehen und wenn's scheiße ist, hast du nicht so viel XP. Wenn es gut ist, kriegst du viel XP, aber das ist halt ja selten und ich hab gesehen oder gehört, wenn man Fishing Level 800 ist, kriegt man sozusagen auch immer 5 Diamanten raus, 5 Eisen, 5 Gold, sowas in der Art halt. Und das ist schon nice. Alter, das sind die Öfen? Okay. Was ist das denn für Kohle, Alter, ernsthaft? Ich will mal sehen, wie das aussieht, wenn es brennt. Alles klar. Wie lame ist das denn? Oh, das sieht nice aus. Zuckerrohr sieht so aus. Okay, okay, okay. Ist cool. Ich kann euch mal zeigen, was ich alles gefarmt hab. Ist auf jeden Fall echt viel. Ach du Scheiße, das ist Birkenholz. Wie hört ihr euch denn an? Alter. Däger. Okay, Birkenholz sieht halt so aus. Und Eichenholz ist... Oh. Schönes blaues Holz. Da will ich ganz kurz mal draußen gucken. Oh, Scheißhunde, ey. Oh mein Gott. Oh, okay. Das sieht ein bisschen komisch aus. Das soll ein Heuballen sein. Okay, sieht ein bisschen so aus. Junge, ist doch gut. Gut. Das ist sehr scharf oder was? Das sieht nice aus, dieser... Äh, Dings. Ja, ist doch gut. Oh mein Gott, Alter. Die Bäume sehen ja mega geil aus. Richtig bunt, außer das hier. Das wurde auch nicht gemacht und das auch nicht. Schade. Akazienholz. Oh mein Gott. Okay, sehr interessant, auf jeden Fall. Sehr interessant. Oh, mein Haus. Sieht auch schick aus. Oh ja. Die Mühle. Ja, geht auch. Klar. Okay. Okay, wollte ich nochmal ganz kurz gucken. Habe ich überhaupt Shader? Einen Shader hier drin? Leider nicht. Okay, muss ich mal reinballern hier. Nochmal. Und ja. Jetzt zeige ich euch mal, was ich alles so gefarmt habe. Wie ihr seht, Karotten. Die erste Doppelkiste ist voll. Die zweite Kiste fange ich gerade an. Und dann, ähm... Geht das auf jeden Fall... Klar. So. Hier mit den Kartoffeln. Oh. Habe ich jetzt nicht so viel gemacht mit Kartoffeln, aber... Geht auf jeden Fall auch klar. Hier fast eine ganze Doppelkiste voll bei den Weizen. Ah ja, das sind ja die Weizenkörner. Das juckt mich jetzt nicht so. Hier, äh... Bisschen Weizen. Geht auch klar. Und jetzt hier bei der Rote Beete ist auch was Leckeres drin. Machen wir weiter unten mit den Kürbissen. Da habe ich auf jeden Fall... Ach du Scheiße. Okay, das sieht scheiße aus, die Kürbisse. Alles klar. Bei den Kürbissen bin ich jetzt... Habe ich eine komplette Doppelkiste voll. Eine zweite Doppelkiste voll. Und eine dritte, die ist fast voll, weil hier... Das lohnt sich am meisten... Wie mit den Melonen hier. Okay, Melonen geht auf jeden Fall klar. Die sehen auf jeden Fall noch gut aus. Melonen habe ich eine komplette Kiste bald voll. Ich habe jetzt nicht so viel schon hier gefarmt, weil... Wie ihr wisst, ich habe sie ja erst gebaut. Und... Ja. Oh, hier ist auch noch was drin. Wie jetzt? Wenn dann muss ich das mal umfüllen. Oder bin ich jetzt dumm? Ne, doch nicht. Das war das eine. Okay. Also hier die Kiste mache ich auf jeden Fall auch noch voll. Und... Ich habe mir noch... Ich habe mir noch mal VIP gekauft für 5 Euro. Und habe mir die Home-Pakete gekauft. Heißt, dass ich 25 Homes irgendwie habe. Ist auf jeden Fall mega geil. Und... Ach du Scheiße, das ist der Mond. Das sieht irgendwie anders aus. Okay. Ah, und jetzt habe ich mir hier irgendwo in der FB eine freie Fläche gefunden. Geholt. Und habe ich gekauft. Und hier wollte ich gerne eine Villa bauen. Schön am Wasser hier. Und was ist das für ein Scheiß? Die gehen muss ich mal ausbessern. Das ist ja mega scheiße. Warte mal. Was ist, wenn ich jetzt hier Wasser hinsetze? Okay. Ah, so. So, jetzt mache ich wieder die Scheiße hier voll. So. Macht man das doch. Ganz einfach und rapide. So. So, so. Das ist doch Scheiße hier. Okay, muss ich mal irgendwann ausbessern. Gerade keine Lust. Welcher Spacki war das, Alter? Das ist ja überall. Alles klar. Oh mein Gott. Was ist das für ein Holz? Jetzt mal ernsthaft. Das ist Akazien, oder? Ach man. Okay. Warte, ich will das mal sehen, Alter. Was ist das für ein Holz? Das will ich gerade noch schnell sehen. Ah, nee. Das ist das Ding. Das Tropenholz. Ach du Scheiße. Alles klar. Okay. 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 Okay, dann läuft das noch. Easy. Okay, Leute. Ähm. Das war es doch eigentlich schon alles, was ich hier gemacht habe. Was ich so, ja, ne, geschafft habe. War jetzt nicht so viel. Ich habe sehr viel halt nur mit den Mining Skills, äh, Mining Skills sag ich immer, mit den Level Skills gemacht. Und muss hier auch mal vorangehen. Und ja. Mein Kontostand sieht folgendermaßen aus. 182.000 Dollen habe ich jetzt schon. Das ist auf jeden Fall mega krass. Und meine Spielzeit hat sich auch fast auf 21 Tage hochgepusht. Und ja. Ist auf jeden Fall nice. Ich habe noch sehr viel vor hier, aber dafür brauche ich mehr Zeit. Die habe ich leider nicht so. Aber ich vernachlässige das nicht hier. Und ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da. Würde mich tierlich freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Oder habe ich noch was vergessen? Ich glaube, ich habe noch was vergessen hier. Ja. Genau. Ich habe ja. Es ist noch nicht vorbei, Leute. Ich wollte ja bei diesem großen Home-Gas hier, ne. Wollte ich ja unten noch, ähm, weitere Etagen reinbauen. Zum Beispiel Körbis sind, äh, nochmal nur Karotten und so. Das habe ich jetzt anders überlegt. Denn, ich habe geguckt, auch im Internet kann man bei CatCon, gibt es so eine Seite und da sieht man, wie viel XP was bringt von dem, äh, abbauen von Karotten, dies, das und jenes. Und da habe ich überlegt, dass ich eine ganze Etage nur mit den Mycelen mache und Pilze anpflanze. Weil Pilze bringen ja fast 100 XP bei einem Pilz. Das ist auf jeden Fall brutal. Und dann irgendwie noch eine ganze Reihe mit Zuckerrohr, weil Zuckerrohr kannst du schnell abbauen. Und kriegst du auch schnell leveln und so. Das ist halt viel besser. Und dann baue ich das einfach unten hin. Das wollte ich euch nochmal sagen. Und, ja, dann. Und als Tipp für euch, ne. Weil da kann man echt gut leveln. Und, ja, wenn euch das trotzdem nicht gefallen hat, lasst doch ein Like da, würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns jetzt in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt, wieder sonntags. Und, ähm, ja, bis dahin. Ciao, ciao.